Oh, wie schön. Endlich habe ich ein Weihnachtsgeschenk. Ich auch. Was für schöne Fotos ich machen kann, wenn ich die Geschenke ausliefere. Am besten probiere ich es vorher aus, damit ich weiß, wie es funktioniert. Oh, wie hübsch. Wofür dieser Knopf da wohl ist? Oh, der Weihnachtsmann ist weg. Einatmen, ausatmen, einatmen. Es funktioniert nicht. Wir sind im Untergang geweiht. Was könnte passiert sein? Ich verstehe das nicht. Ich rufe am besten Tati an, damit sie uns hilft, den Weihnachtsmann zu finden. Und hier ist die einzigartige Tati Holmes. Und ihr hübscher Handlanger, Missy Fu. Wie können wir dir helfen? Nun, der Weihnachtsmann ist verschwunden. Was? Das ist schlecht. Sehr schlecht. Was sollen wir jetzt tun? Keine Panik, Missy Fu. Wir werden ihn finden. Immerhin sind wir die besten Ermittler aller Zeiten. Missy Fu, hast du was gefunden? Noch nicht, Tati. Aber ich habe das Gefühl, ich bin nah dran. Sehr nah. Du hast was gefunden, Missy Fu. Toll. Schau mal, da ist der Hinweis. Es ist eine Erfindung von Hermonin. Wir sollten ihn anrufen, dass er herkommt. Ja, ich bin einfach der Beste. Hallo, Leute. Aha, Hermonin. Sag uns, wo du gestern Abend warst. Und was hast du gegessen? Warum hat der Weihnachtsmann ein paar von deinen Erfindungen? Um wie viel Uhr bist du ins Bett gegangen? Leute, Leute, was ist hier los? Könnt ihr mir das bitte erklären? Ich verstehe gar nichts. Und ihr macht mich total nervös. Der Weihnachtsmann ist verschwunden. Und der einzige Hinweis, den wir haben, ist diese Kamera mit deinem Stempel darauf. Ja, das ist ein Geschenk, das ich dem Weihnachtsmann gegeben habe, damit er auch ein Geschenk zu Weihnachten hat. Oh nein. Was? Sie ist im Experimentiermodus. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Und was soll das jetzt bedeuten? Nun, auf diese Weise kannst du durch die Kamera an jeden beliebigen Ort reisen. Oh. Schauen wir uns die Bilder an, um zu sehen, wo er ist. Sie ist im Sommer. Sie sind im Sommer. Aber, komm. Ich bin einig. Sehr schön. Oh. Oh. Oh nein. Nein! Keine Dinosaurier mehr! Nein! Hilft mir doch jemand! Bitte friss mich nicht, hübscher Dinosaurier! Aber wer bringt dir sonst die Weihnachtsgeschenke? Wir müssen ihn retten! Daddy, du und Missifu, ich gehe den Weihnachtsmann retten, während ich nach Hause fahre und den Drucker hole, um sie da rauszuholen! Keine Sorge, Weihnachtsmann! Wir sind gekommen, um dich zu retten! Oh, vielen Dank! Triss, triss, triss! Der große T-Rex wird winzig klein werden! Danke, Tati! Ich danke dir wirklich sehr! So niedlich! Du wirst von nun an mein Haustier sein! Was ist passiert? Der Fall ist gelöst, mein lieber Freund! Der Fall ist gelöst! Eheheh!